Musik Ich bin hier von dem Haus der Kulturen der Welt. Hi, ich bin Julius. Hier hinter mir seht ihr die ganzen Menschenmengen, die die Leute, die den roten Teppich sehen, also über den roten Teppich gehen, sehen wollen. Hier, wir werden uns gleich den Film Red Dog anschauen, also roter Hund. Viel Spaß dabei.